Kurz vor der Wahl gibt es noch einen Eklat in Brandenburg. Die AfD will, dass es dem Land schlechter geht. Diese Unterstellung hat niemand Geringeres als der aktuell noch amtierende brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD über die Alternative für Deutschland gesagt. Wir gucken uns an, ob wirklich was dran ist und wie das zu bewerten ist. Moin zusammen, ich bin Olli. Los geht's. Wir sehen es hier. Die AfD will, dass es dem Land schlechter geht. Warnt Woidke heißt es hier. Und wenn wir uns diese Aussage direkt angucken, die AfD will, dass es dem Land schlechter geht, um davon zu profitieren. Ihr Spitzenkandidat hat offen gesagt, er hoffe auf Chaos und Unregierbarkeit nach der Wahl, weil er sich davon verspricht, an die Macht zu kommen, fuhr der Ministerpräsident fort. Und das ist eine ganz interessante Sache, worüber wir diskutieren müssen. Ist es erstmal die Frage, wer ist schuld, wie schlecht es um das Land steht, würde ich mal vor der Frage stellen, ob man hier sagen darf, die AfD will, dass es dem Land noch schlechter geht. Weil grundsätzlich eine Nichtregierungspartei kann doch logischerweise nicht an den Zuständen, die hier bestehen, schuld sein. Und das bezieht sich auf Bundesebene genauso wie auch auf Landesebene. Ja, natürlich, keine Frage. Denn beispielsweise Thema Migration ist Landessache und nicht nur Bundessache. Was immer und immer wieder verkannt wird, meines Erachtens auch absichtlich gemacht wird. Weil man Angst davor hat, dass beispielsweise in Thüringen ein Ministerpräsident Björn Höcke werden würde. So, dass er dann nämlich sagt, jo, wir haben einen Flughafen hier, dann wird er jetzt auch mal benutzt. Ganz einfach. Aber nein, dieses Risiko möchte man nicht eingehen. Als weiteres wird hier unterstellt, dass die AfD dann davon profitieren würde, wenn es dem Land schlechter geht. Und ja, ich denke, theoretisch würde das stimmen. Weil ich glaube auch, dass es noch schlimmer sein muss in Deutschland. Bis viele Leute erstmal wirklich realisieren und es im eigenen Portemonnaie spüren, dass es zu noch schlimmeren Umständen kommen muss. Damit die Leute verstehen, hier funktioniert was ganz gewaltig nicht und hier muss sich gravierend etwas ändern. Und weiterhin sagt er ja dann auch noch, er hoffe auf Chaos, also der Hans-Christoph Bernd heißt er, auf Chaos und Unregieberkeit nach der Wahl. Das verstehe ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich und finde ich gut. Warum ist das so? Ganz einfach. Er sagt es ja richtig selbst hier, weil er sich davon verspricht, an die Macht zu kommen. Ja, wir sehen es doch in Sachsen und vor allem sehen wir es in Thüringen. Es wird doch alles daran gesetzt, um eben mit dieser einen Partei nicht zusammenzuarbeiten, sondern eben gegen diese zu arbeiten, diese Kandidaten zu verhindern. Wer ist denn derjenige mit den meistgewählten Stimmen in Thüringen? Richtig, das ist die Alternative mit Björn Höcke. Bekommt er auch nur irgendein Gespräch mit einer anderen möglichen Koalitionspartei? Nein, niemand, keine einzige Partei spricht mit dem, der am meisten Stimmen bekommen hat mit seiner Partei in einem gesamten Bundesland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder wie wird in Sachsen vorgegangen? Wird in Sachsen mit der zweitschärgsten Partei, sprich der Alternative, gesprochen und in Bewegung gezogen zu koalieren? Nein, ebenfalls auch dort nicht. Und weiterhin, in Thüringen soll verhindert werden, dass die AfD den ihr zustehenden Landtagspräsidentenposten bekommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass natürlich dann hier das Äußerste gehofft wird, dass Chaos und Unregierbarkeit kommen wird, ist meines Erachtens berechtigt und nachvollziehbar, dass der Bernd sowas wohl hoffen mag. Ich habe es aber auch in keiner Aussage gefunden, aber ich kann es mir vorstellen und ich kann es nicht verübeln. Wenn wir uns die letzten durchschnittlichen vier Umfragen hier angucken bei der WUM, sehen wir, die AfD steht aktuell bei 28,1 Prozent, SPD 25,1 Prozent, CDU 15,2 und BSB 13,5. Alle anderen würden nicht einziehen, ebenfalls auch die Grünen nicht, wie wir hier sehen, außer sie würden ein einziges Direktmandat gewinnen, dann würde die gesamte Landesliste ziehen. Das sieht aber relativ unwahrscheinlich aus, denn die Alternative hat die Chance gerade sehr hoch auf 37 Direktmandate von 44. Das ist eine Ansage. So, aber welche Koalitionen bestehen denn dann? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Wir sehen es ja hier. Es gibt drei Koalitionsmöglichkeiten mit der Alternative. Das ist mit der SPD, mit Woidke, würde er nicht machen. Dann die Möglichkeit mit der CDU. Wird ebenfalls nicht passieren. Mit Rittmann, glaube ich, heißt der Kandidat. Ein BSW wird nicht passieren. Nein. Wäre vielleicht noch irgendwo denkbar, aber wir sehen es ja gerade in Sachsen und in Thüringen, es wird sich ja zusammengeschlossen, um eben alles zu tun, um die Alternative zu verhindern. Nächste Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, muss man dazu sagen, SPD, CDU und BSW. SPD und CDU reichen nicht aus, wegen zwei Sitzen. Das ist halt immer schön anzusehen. Und das ist wirklich Wahlkurs. Weil wenn wir sehen, dass wir das Gerücht ja in Thüringen aktuell haben, dass es heißen soll, nee, wir werden dort nicht von der CDU aus mit dem BSW zusammenarbeiten und auch nicht mit der Linken, weil sie kommen mit der SPD und mit BSW nur auf 44 von 88 Sitzen. Und das ist ein Sitz zu wenig. Also es reicht nicht. Dementsprechend müsste man noch einen dazunehmen. Die ganze linke Partei oder nur einen Kandidaten eben aus dieser Partei. Das wird man nicht tun. Und dementsprechend hat man das jetzt hier an der Stelle verhindert. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie das weitergeht. Aber dann gibt es natürlich noch diese Möglichkeit der Minderheitsregierung. Genau. Das ist natürlich noch eine Option, die besteht. Aktuell, wo ich das Video aufnehme, gibt es ja das Gerücht in Thüringen, dass die CDU vollständig alleine regiert, weil man eben nicht mit der Linken zusammen und mit BSW, wie gesagt, nur 44 Sitze, einer zu wenig. Und was ähnliches könnte natürlich in Brandenburg passieren. Minderheitsregierung. Richtig. Es könnte natürlich passieren, dass die SPD sagt, wir machen eine Minderheitsregierung. Das müsste die AfD tolerieren. In Thüringen, angeblich, will sie das machen. Das kannst du ja alles nicht mehr ausdenken, nur um zu verhindern, dass die Partei in Thüringen oder jetzt auch hier in Brandenburg voraussichtlich, die die meiste Unterstützung aller Wähler hat, verhindert wird. Überlegt euch das mal, wie undemokratisch das ist. Und diese Leute, die das machen, die diese Vorgehensweise in Erwägung ziehen, die unterstellen der Alternative permanent, dass sie wiederum ja hier die Superdemokraten sind und die Alternative so undemokratisch ist. Das kannst du dir alles beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Und wenn man sich eine Bilanz von dem Herrn Woidke anguckt, ihr könnt ja, wenn ihr Brandenburger seid, mal eure Wertungen gerne in die Kommentare reinschreiben. Was hat der Herr Woidke großartig geschafft? Jetzt werden einige sagen, ja, super Arbeitsplätze geschaffen mit Tesla. Tesla geholt nach Berlin, Brandenburg, beziehungsweise also Grünheide. Schwierig, schwierig. Wir sind ja hier zum Beispiel kritisch von der Bürgerinitiative Grünheide. Die Leute sind nicht alle so begeistert, dass da die große Firma steht. Und besonders nicht in dieser Lokation, also an diesem Platz. Es hätte bestimmt andere gute Plätze gegeben. Beispielsweise der Wasserbedarf. Tesla ruft einen Wasserbedarf von 372 Kubikmeter pro Stunde auf. Bei einem Jahresbetriebszeit von 8760 Stunden und so weiter ergibt sich hier ein Wasserbedarf von 3,26 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Im Verhältnis dazu, wie viel hier rundherum eine ganze Gemeinde benötigt, beziehungsweise hier Möllensee. Also das steht halt alles in keiner Relation. Das hätte man einem anderen Standort bestimmt besser und sinnvoller auch für die Natur und die Umwelt machen können. Das muss man sich doch einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist schon wirklich eine Farce. Und wenn dann jetzt hier ein Ministerpräsident um die Ecke kommt und hier erzählt, die AfD will, dass es dem Land noch schlechter geht. Sorry. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr habt das Land dorthin geführt, wo wir jetzt sind. Mit Massenentlassungen von Volkswagen und ähnliches, was gerade in der Wahrscheinlichkeit sehr hoch steht. Es ist einfach nur traurig. Schreibt eure Meinung unten rein, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten und ciao.